Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Politik verdirbt den Charakter, heißt es. Aber das ist falsch. Schlechte Politik ist schlecht und gute Politik ist gut. Politik ist eine Machtfrage. Ist die Macht in schlechten Händen, kann es nur eine schlechte Politik sein. Gegen das Volk mit Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. Ist die Macht in guten Händen, ist es eine gute Politik. Für das Volk, für jeden Menschen, für sein Glück und für seinen Frieden. So einfach ist das. Die letzten Tage der Koronisten sehe ich vor mir. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Soviel zu Gullis Esoterikström. Soviel zu Gullis Esoterikström. Soviel zu Gullis Esoterikström. Untertitelung des ZDF, 2020